Hi Leute, herzlich willkommen zu dem Start des großen Review-Marathons hier auf dartblaster.de. Ich denke, der Anfang sollte hier die Nerf Hammershot machen. Das ist sicherlich der Blaster, auf den sich die meisten Leute wirklich freuen und der euch sicherlich auch am meisten interessieren wird. Ein bisschen was dazu. Das ist ein 5-Schuss-Revolver, den ihr im Unboxing ja schon so ein bisschen erklärt bekommen habt. Wir haben eine Tactical Rail obendrauf, die ein bisschen anders aussieht als gewöhnlich, aber der Funktion keinen Abbruch tut, weil normale Nerf-Zubehörteile auch draufgehen, auch wenn sie jetzt ein bisschen anders aussieht. Es war daran halt einen Gurtpunkt am Griff und den Hammer, der der Hammershot ihren Namen gibt, der sich eben dem Daumen recht bequem, zumindest für Erwachsene Hände, gerade noch so spannen lässt. Kleinere Kinder werden sicherlich die zweite Hand dazu nehmen müssen. Dazu geliefert werden 5 von den Zombie Strike Darts, die sich von Elite Darts ausschließlich durch die Farbe unterscheiden. Zum Design jetzt von der Hammershot, das ist wirklich außergewöhnlich gut gemacht. Wir haben hier richtig schöne Details, die in den Blaster eingearbeitet worden sind, wie zum Beispiel halt jetzt hier die, diese Holzmaserung. Den haben wir, glaube ich, halbwegs gut hier im Video erkennen. Hier die Nieten, dieses Band, was glaube ich jetzt auch die Sledgefire, ja, was die Sledgefire auch hat. Und das gesamte Design ist echt schon ziemlich cool, sehr cartoonig, bisschen Steampunk, bisschen Endzeit, das gefällt mir richtig gut. Kurz zum Hammer von der Hammershot. Ich hatte im Unboxing mal eine kleine Unstimmigkeit entdeckt, die aber sich relativ leicht erklären lässt. Das hatte ich in den Anmerkungen im Video auch schon reingeschrieben, nämlich, dass, wenn die Trommel nicht geladen ist, sich der Hahn so langsam nach vorne bewegt. Das ist gut und richtig, dass er das tut, weil das davon zeugt, wie dicht das ganze Luftsystem innen drin ist. Und sobald halt ein Dart geladen ist, ist das Problem nämlich auch nicht mehr. Das hängt mit dem Luftbegrenzer zusammen, der in der Hammershot eingebaut ist. Und wenn wir den Blaster mal aufmachen, dann kann ich das auch nochmal genauer erklären. Also so viel dazu, das ist ein Qualitätsmerkmal und kein Fehler. Kurz zum Thema Schablonen. Ich hatte mich im Unboxing gefragt, ob da bei der Hammershot andere Schablonen dabei sind als bei der Sledgefire. Ja, das ist nicht der Fall, ausgenommen natürlich der Blaster, das ist jetzt hier die Sledgefire und die Hammershot Schablone sieht so aus. Und ansonsten sind überall die gleichen Schablonen drin. Ich hatte hier noch eine Sache. Wir hatten hier zwei Zombies. Das ist der aus der Sledgefire und das ist der aus der Hammershot. Die sehen sich jetzt, die sind jetzt ein bisschen anders, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Stanzmaschine bei der einen Schablone irgendwie ein bisschen gesponnen hat. Also das sollte, glaube ich, beides gleich aussehen. Nerf-Schablonen. Auch wieder das Zombie-Strike-Logo als Schablone, was ich vielleicht das interessanteste Teil im ganzen Schablonensatz finde. Weil ich dieses Logo wirklich ganz cool gemacht finde. Also so sieht es dann ungefähr aus. Ich denke mal, auf den nächsten Lab-Veranstaltungen werden sich einige Leute dieses Z auf ihrem Blaster gesprüht haben. Ich werde die Hammershot jetzt mal aufschrauben, damit ihr sehen könnt, wie die innen funktioniert. Und auch um ein paar Fragen zu beantworten, hauptsächlich bezüglich dieses Bügels hier, ob man den entfernen kann oder ob das stark die Leistung mindern wird. Ich nehme dazu auch als Vergleich mal die Sweet Venge in die Hand, weil bei der kann man diesen Trägerbügel einfach abbauen. Und bei der Hammershot müsste man den absägen. Da ich den aber noch nicht absägen will, weil ich bei einer noch den Aerosector ausbauen will und ich dann das ein Exemplar auf jeden Fall als Test unversehrt brauche, mache ich das jetzt so, dass ich bei der Sweet Venge den Bügel rausnehme, bei einer Hammershot den Aerosector rausbaue und bei der anderen Hammershot einfach gar nichts mache, sondern die einfach zulasse. Diese Blaster sind Geschwister, hey! Hey! Ja, was normalerweise dasselbe in grün wäre, ist bei der Sweet Venge sozusagen dasselbe in pink. Das geht sogar so weit, dass bei beiden Blastern die gleiche Form von der Trommel benutzt worden ist. Vielleicht kommt irgendjemand mal auf die Idee, einfach mal die orange Trommel in die Sweet Venge einzubauen. Einfach nur aus Gag irgendwie. Also wir sehen hier im Inneren noch, also sie ist wirklich absolut identisch, bis auf die Farbe logischerweise. Auch die Feder ist die gleiche, was insofern wirklich jetzt also irgendwelche aufkommenden Gerüchte zerstreuen würde, dass halt Mädchen irgendwie eine leistungsreduzierte Version bekommen würden. Dem ist auf jeden Fall nicht so. Kurze Mechanik, das ist eigentlich halt total easy. Man drückt das hier runter, also den Hahn, der rastet dann irgendwo ein. Alles ist gespannt. Man drückt den Abzug, ich lasse es jetzt mal nicht knallen, weil es besser ist. Und das Ganze bewegt sich nach vorne. So, ich zeige das nochmal in Nahen. Also man spannt den Blaster, bis es hier hinten einrastet. Dann hat man hier den Stößel, den wir Plunger nennen, innerhalb der Plunger Tube. Das Ganze sieht dann so aus, dass sobald man den Auslöser betätigt, das Ganze nach vorne knallt und eben die Luft, die hier drin ist, nach vorne gedrückt wird und dann den Dart aus der Trommel heraus befördert. Also, ziemlich simples System. Dabei kommt es halt einfach darauf an, wie groß das Volumen ist, was halt nach vorne gedrückt wird, wie dicht das ganze System ist und mit welcher Geschwindigkeit quasi die Luft nach vorne gedrückt wird. Und all das macht dann die Leistungsfähigkeit eines Blasters aus. Hier ist das Volumen relativ klein. Dafür ist halt das ganze System ziemlich dicht. Selbst hier die Trommel, da kommen wir gleich noch zu, da geht halt relativ wenig Luft verloren. Und die Feder ist ziemlich stark. Und das macht dann quasi das geringe Volumen wieder wett. Dann haben wir hier noch die Snapfire, die ich jetzt hier mal aus dem normalen Gehäuse genommen habe. Sie hat jetzt ein eigenes Innengehäuse. Das hatte ich, glaube ich, in einem damaligen Review dazu mal gezeigt, dass sie halt auch logischerweise irgendwie auch so funktionieren würde. Hier sitzt der Plunger drin, also das, was quasi die Luft erzeugt. Es ist ein kleines bisschen weniger Luftvolumen als jetzt bei den beiden. Ganz anders aufgebaut ist jetzt zum Beispiel die Strongarm, auf die ich deshalb auch nur kurz eingehen werde. Schön, da geht die Catch-Feder schlöten, aber das macht nichts. Wenn ich jetzt wirklich nur als Vergleich einmal herhalten, weil es da glücklich dann sozusagen eher klassischer Elite-Aufbau und das klassische Revolver-Modell ist sozusagen. Er hat hier den extrem langen Plunger, der ist dafür nicht so dick. Trotzdem denke ich schon, dass hier ein bisschen mehr Luft drin sein wird. Dafür ist jetzt halt die Frage, im Vergleich zu den anderen beiden Lastern, wie gut halt die Luftabdichtung ist. So, so sieht das Ganze aus, wenn man die Deckkappe abnimmt. Das ist ziemlich geschickt gemacht quasi, also es ist eine neuartige Art von Catch-System sozusagen. Also wenn man das hier spannend, rastet halt einfach nur der Abzug quasi hier ein. Da, so, ohne dass es jetzt rausspringt. So, wenn man jetzt hier drückt, dann springt das einfach nur weg. Also Abzug ist gleichzeitig Catch, also das ist nett. Ich versuche jetzt mal hier den Plunger rauszunehmen. Nur, naja, ich glaube die große Feder finde ich wieder. Da haben wir nämlich hier halt den Plunger selbst. Mit einem ziemlich fetten Ohrring. Boah. Ich versuche jetzt mal hier so ein Gegendrücke. Das Teil ist sowas von Monsterdicht, also, oh, das ist echt ziemlich cool. Sehr, sehr gut. So. Das Thema Dichtigkeit ist halt auch nochmal wichtig, was das optische Mod von dem Blaster angeht. Also, als die ersten Bilder gepostet wurden, kam natürlich direkt auf, so, was kann man in dem Blaster jetzt optisch noch verändern. Da ist man natürlich relativ schnell hier auf diesen Bügel gekommen, den man gerne entfernen würde, damit halt die Trommel offen ist. Damit das Ganze dann, ja, sagen wir, einen Pepperbox-Look bekommt. Also, Pepperbox ist quasi dann die Bezeichnung für einen solchen Revolver, der halt eine offene Trommel hat. Also, das heißt so viel wie Pfefferstreuer. Und die Frage ist halt natürlich, was passiert, wenn man eben diesen Bügel abnimmt, weil der ist natürlich für einen gewissen Zweck da. Der sorgt dafür, dass die Trommel nicht nach unten kippt durch ihr eigenes Gewicht und so halt hier einen Spalt erzeugt, wo die Luft entweichen kann. Hier ist keine Fehler drin. Also, es gibt hier keine Fehler, die die Trommel nochmal hier festdrückt. Das ist eine ziemlich gute Nachricht, weil das wirklich jetzt auch nochmal spekuliert worden ist, dass da eine zusätzliche Abdichtung erreicht worden ist. Also, das ist hier wirklich einfach nur eine Achsaufhängung sozusagen. Und das Coole an der Sweet Revenge ist, das Teil kann man einfach so rausnehmen. Also, daran werde ich das jetzt mal testen, weil ich möchte bei der Hammershot nochmal den Air-Respector, den Luftbegrenzer, rausnehmen und den gegen eine originale Hammershot testen. Ich mache das jetzt hauptsächlich, um zu gucken, was es wirklich bringt. Und dann nochmal, damit ihr das nicht machen müsst. Weil, ich jetzt, natürlich kann man eine stärkere Feder verbauen oder die Feder irgendwie mehr vorstecken, aber alles, was man jetzt der Feder quasi mehr Power gibt, muss man mit dem Daumen spannen. Und ich möchte die Gleichgängigkeit des Blasters erhalten und nicht irgendwie dann doch mit beiden Händen spannen zu müssen, weil die Feder zu hart ist. Also, das ist, glaube ich, der Air-Respector, was hier rausgeputzelt. Klatsch, klatsch. Das war, das ist die Feder von Air-Respector, das ist das Gehäuse. Und das Teil ist der Air-Respector an sich. Man kann halt sehen, das ist hier der Pin. Und dieser Pin wird quasi vom Dart nach hinten gedrückt und damit wird der Air-Respector geöffnet. Die Sache ist halt, dass innerhalb der Trommel, sobald der Dart, manchmal haben wir mal ein, um das zu simulieren, stellt euch vor, das ist jetzt innerhalb der Trommel. So, der wird jetzt nach hinten gedrückt. Und wenn er jetzt abgeschossen wird, also das Luftloch hier ist geöffnet, wenn er jetzt abgeschossen wird, sobald er jetzt hier so ein kleines Stückchen weg ist, macht der Air-Respector zu. Und dann die restliche Luft kommt gar nicht mehr an. Also, das ist so der Gedanke, der hinter dem Air-Respector rausbohren steckt. Ob das jetzt bei dem kleinen Volumen, was jetzt in den Blastern steckt, wirklich was ausmacht, werden wir halt jetzt sehen. Gucken wir einfach mal, machen wir jetzt einen Test. Sweet Revenge ohne Trageriemen, Tragebügel gegen Hammershot mit Air-Restrictor, ohne Air-Restrictor und alle Droid zusammen. Normal, Hammershot. Ganz schön verzogen. Jetzt mal die Hammershot mit dem Luftbegrenzer entfernt. Wenn, überhaupt, ja nur eine minimale Veränderung. Mal ein richtig guter Schuss gerade. Der dann wieder nicht. Jetzt hier die Sweet Revenge ohne Tragebügel. Ah, der flog jetzt ganz gut. Der nicht. Der ging. Ich glaube, ein bisschen Leistungseinbuß hat das schon, oder? Der jetzt auch wieder nicht. Ja, ich würde sagen, Bügel entfernen geht bei der Sweet Revenge. Sollte bei der Hammershot genauso gehen. Ist so ein bisschen Leistungseinbuß hat man da, aber Optikmorder werden da sicherlich gut mit leben können. Air-Restrictor entfernen geht ebenso. Bei der Hammershot auch ziemlich leicht. Jetzt nicht unbedingt ein Muss, das zu machen, weil das bisschen Zuwachs, was man da jetzt bekommt, wird eigentlich von den relativ ungenauen Schüssen wieder aufgefressen. Theoretisch kann man den Blaster auch genauso lassen, wie er ist, weil er schießt so schon wirklich ziemlich cool. Und manchmal muss man Sachen auch einfach mal so lassen, wie sie sind. Also das ist echt ein pfiffiges Stück. Weithändig ist auch gut machbar, für Erwachsene jedenfalls. Ja, die Teile machen auf jeden Fall super Spaß. Ist so ziemlich das Beste, was Nerf in letzter Zeit rausgebracht hat, finde ich. Abschließend möchte ich mit den Worten bis zum nächsten Review und nur auf den Jee schießen, nicht auf den Ja. Jeeha! 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 Das war jetzt ein bisschen spät, aber ihr wisst, was gemeint ist. Das war jetzt ein bisschen spät, aber das war jetzt ein bisschen spät.